Im heutigen Video geht es um ein Zubehör-Gadget für iPhones. Das ist ein sehr gewichtiges Gadget, 515 Gramm um genau zu sein. Es ist das Nomad Base One, ein MagSafe-kompatibles Gadget. Das heisst, es geht ums Laden, das direkte Aufladen vom Smartphone. Hier die Schachtel, schön und einfach gestaltet, wie man es von Nomad kennt. Oben das Produkt auf der Vorderseite, der Hinweis neben dem Namen, dass es eben MagSafe-kompatibel ist und somit eben magnetisch haftet, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, fürs Laden. Dann eben Hinweis auf den Brand, hinten, was alles mit drin ist und wie das Ganze ausschaut, wenn man es denn nutzt. Dann nehmen wir doch zuallererst mal das Messer hervor und schneiden hier die beiden Kleber durch, damit wir es auch von der Verpackung befreien können. Und hier eben, wie gesagt, das Gewicht. Das Gewicht rührt nicht daher, dass hier noch, weiss ich, was alles mit drin ist, sondern das Dockingstation oder die Ladestation hat wirklich ein schönes Gewicht. Hier drin ist nicht naturbelassenes, recyceltes Material, das dem Gadget Halt gibt. Das ist auch schön verpackt hier in Papier, leicht kunststoffig, aber vor allem papierigen Umschlag, dass es sicher verwahrt ist. Und auf der Unterseite findest du dann vier Füßchen. Die sind nicht gummiert oder silikonartig, wie man es sonst kennt, so dass es eben nicht rumrutscht. Aber das geht allein schon durch das Eigengewicht, bleibt das schön stabil dastehen, wo man es eben transportiert, äh, hinterlegt. Das Material ist Stahl, also sehr, sehr sexy, weil eben gewichtig. Oben die Kunststoffgeschichte, die ausschaut wie Glas. Und der Puck, den du eben siehst, der auch schön Abstand gibt zwischen der Ladestation und dem Telefon. Hier hinten ist der USB-C-Port, wo dann das beigelegte Bar-Kabel reinkommt und hier auch sehr schön beidseitig USB-C. Somit passt es perfekt in die ganzen Adapter, die wir so zu Hause haben. Und natürlich, das Kabel selber, gefällt mir sehr gut, Stoff- und Mantel. Das ist qualitativ sehr, sehr angenehm. Aber jetzt würde ich nur sagen, legen wir es mal auf die Docking-Station, damit ihr auch seht, wie das Ganze dann schlussendlich funktioniert. Hier mein iPhone, befreie ich mal von der Hülle. Ist übrigens eine von, auch Nomad, auch eine MagSafe-kompatible, hat noch eine Business Card drin. Ich zeige euch oben links, also oben verlinkt und unten, das Video zu der Hülle. Über ein Jahr am iPhone 13 gewesen und eine echt tolle Hülle. Gefällt mir sehr gut. Hier platziert ihr das Ganze richtig, so dass es eben mit MagSafe hält und dann bleibt es auch so und dann lädt es. Vielfach bei solchen Ladestationen ist dann das Problem, es vibriert, man kommt irgendwie mal dran, dann rutscht das Telefon ein bisschen zur Seite und es lädt nicht mehr. Und das kann euch mit MagSafe einfach nicht passieren. Sehr, sehr sympathisch. Wie ihr auch seht, das Ganze hält natürlich sehr stark. Ich schüttel ein bisschen, da kriegt ihr das iPhone nicht so schnell drab. Auch sympathisch, der Abstand hier zur Ladestation, da gibt es keine wirkliche Hitzeentwicklung, somit ist das schon gewährleistet und die Batterie leidet somit deutlich weniger darunter. Hinten übrigens auch noch eine andere Ladestation von Sateshi, auch zu der bald mal in einem anderen Video. Aber jetzt geht es gleich auf die Station. Hier funktioniert es natürlich nicht nur mit iPhones, sondern mit anderen G-Lad-fähigen Geräten. Das Renault 8 hat keine Ladespule, wie ich da gerade bemerkt habe. Deshalb funktioniert es nicht. Ich wechsle mal auf das Find X5 Pro. Drauflegen und es lädt, wie man es sich wünscht. Natürlich nicht mit magnetischer Halterung, aber es lädt. Solltest du noch Fragen zum Produkt haben, wie immer unten in die Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du dem Kanal folgst, die Glocke aktivierst und dann sehen wir uns mit dem nächsten Gadget wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss.